Maison des Beautés, das Kosmetik- und Friseurinstitut mit toller Atmosphäre, heißt Sie herzlich willkommen. Wir bieten Ihnen exzellente Pflege, buchstäblich von Kopf bis Fuß. Ob Haarschnitte, Hairstylings, eine professionelle Maniküre oder Pediküre mit anschließender Fußmassage. Sie verlassen unseren Salon in Berlin-Spandau leichtfüßig und mit glänzenden Augen. Entdecken Sie die traditionellen Behandlungen und kosmetischen Trends aus Asien. Mit unserer Jade-Stein-Massage wird Ihr Gesicht von Mal zu Mal revitalisierter, feinporiger und ebenmäßiger. Auch Make-ups für verschiedenste Anlässe und permanent Make-up haben wir für Sie in petto. Genießen Sie einfach bei uns Ihre kleine Auszeit vom Alltag. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise für alle Belange in Sachen Schönheit zur Verfügung. INTRO Vielen Dank.